Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, hier im DSH Vorbereitungskurs zum Thema Zuckersteuer, Fragen zum Lesetext, Teil 2. Bitte beantworten Sie die Fragen in ganzen grammatikalisch korrekten Sätzen. Ich werde Ihnen im Beschreibungsteil meinen Lösungsvorschlag anbieten. Das ist nur ein Vorschlag. Sie können anders antworten. Aber bitte lassen Sie Ihre Antwort dann von einem Deutschen, von einem Muttersprachler auf die Richtigkeit überprüfen. Für eine bevorstehende Prüfung wünsche ich Ihnen viel Erfolg und weiterhin viel Spaß beim Erlernen der deutschen Sprache. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.